Jan Furtok traurige Nachrichten, ehemaliger Bundesliga-Stürmer schwer an Alzheimer erkrankt Der ehemalige Bundesliga-Spieler Jan Furtok ist an Alzheimer erkrankt. Das berichtet das polnische Nachrichtenportal Sportowe Fakti. Die Krankheit soll bereits weit fortgeschritten sein. Furtok soll sich zuletzt selbst nicht mehr erkannt haben. Jan Furtok war einer der besten Stürmer der HSV-Historie. In seiner Hamburger Zeit erzielte er 51 Tore. In seiner besten Bundesliga-Saison 1990 und 1991 gelangen ihm sogar 20 Treffer für den Verein. 1993 zog es Furtok dann zu Eintracht Frankfurt. Vielen Fußball-Fans ist Furtoks Name noch ein Begriff, doch nun gibt es traurige Nachrichten über den Polen, inzwischen 59 Jahre alt. Laut Medienberichten aus Polen leidet Furtok unter einer schweren Alzheimer-Erkrankung. Erste Anzeichen seiner Krankheit soll es bereits im Jahr 2015 gegeben haben. Heute soll die Krankheit soweit fortgeschritten sein. Furtok soll sich für einen Fremden gehalten haben, weshalb er demnach laut zu fluchen begann. Dass er sich selbst nicht mehr im Spiegel erkennt. Jan Furtok kann sich nur noch an Anthony Jebo erinnern. Seine Frau Anna soll im eigenen Haus ein spezielles Furtok-Museum mit Fotos, Spielplakaten und Erinnerungsstücken aus der Fußballzeit ihres Mannes eingerichtet haben, um so sein Gedächtnis zu stützen. Allerdings soll Furtok nur noch einen einzigen ehemaligen Mitspieler erkennen, Anthony Jebo, mit dem er gemeinsam in Frankfurt spielte. Die Krankheit soll laut Sportover Fakti schon zu weit fortgeschritten sein. Für alle Bundesliga-Fans ist die Erkrankung eine traurige Nachricht. Der schnauzbärtige Stürmer hatte sich aufgrund seiner lockeren Art viele Freunde in der Liga gemacht.